Wir versuchen uns jetzt mal in einer Runde Crossout, ob ich es richtig ausgesprochen haben sollte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Spiel geil. Mal gucken, was wir hier haben. So quasi Robocraft 2.0. Kann man das Spiel sehen. Aber ich find's ein bisschen nicer als Robocraft. Wo ist die Masse hinter mir? Okay. Ja, das wäre sonst meine Spielweise gewesen. Mitten rein und durch. Okay. Das bringt ja nicht viel. Ich bin dann auf jeden Fall. Die König sind drin. Was ist das? ich werde ich mir lenken scheiße Da ist noch einer. Ok, das war's. Ah, ich geh mal direkt noch mit. Ok, die Runde haben wir gefällt. Ah, nein, 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 wir haben ihn! Ich kenn die Maps da ziemlich gar nicht und ich spiel glaube ich auch erst drei oder vier Stunden. Hey, Leute. Hallo. Ich glaube ich muss hier ein Volkschatten ausstehen. Geben up! Okay. Ah, gut today. Ah, gut. Oh, das ist gut. Das ist gut. Entschuldigung! Na, genau. Ah, genau. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Das sind meine Rats von der Sinken-Siebe! Das müssen wir erst mal gucken. Boah, ist shit aus. So, was haben wir jetzt in der Räse? Ich muss erstmal ein bisschen Level abmachen. Benzin-Fass. Ja, wir können gerade eh nix bauen. Mal schauen, was jetzt kommt. Ich bin auch mal interessiert, ob man seinen Namen hier nennen kann. Vielleicht habe ich mich noch nie ausgesucht. Ich glaube, ich muss mal zwei Räder abmontieren, das lenkt sich so scheiße. Schieb mich nicht. Ich habe die Schwere genommen. Das ist ja bei uns in der Basis. Das muss noch nicht wahr sein. Jetzt kommt es doch hier rüber. Nein. Nein. Aha. Nächste Runde werde ich mal zwei Räder abbauen. Gucken, ob sie besser fährt. Zerk, zerk, zerk. Ja, jesli, als ich. ... … ... ... ... ... ... Ich bin aber mir alle rundherum. Ich bin aber mir alle rundherum. Nein, das ist jetzt gespringt. Wir probieren mal so wie es aussieht. Wir sind bei der Basis und die fahren nicht dahin, das ist gut. Ja, nein, nein. Jetzt auf Kario. So. So. Ich war nicht bereit für das. So. Was ist hier noch drin? Madone. Was ist hier noch drin? Ja, das ist ein paar obersten. Am besten zu sehen. Was ist das? Krass. Ist das? Ein bisschen was haben wir noch fragen. aber die Saft haben wir keinen mehr. Kann man den Bühs dran holen, äh, von Hohen? Naja, klar. Freut nicht. Da hinten noch ein bisschen drauf stärken oder irgendwas. Ja, vielleicht putzt ein bisschen was. Jetzt haben wir schon alles voll. Okay, jetzt schluss. Okay, dann warte ich noch ein bisschen. Das bringt ja nichts, jetzt der zweite Wasserplan. Oh, das ist ein bisschen besser. Oh, das ist ein bisschen besser. Oh, das ist ein bisschen besser. Mann, das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Ja, eins schluss. Was ist das? Das ist zu lösen. Das ist zu lösen. Das ist zu lösen. Und nicht zu lösen. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr mehr tun. Ich habe ihn! Ich habe ihn! Oh, 40? Das ist zu lösen. Ich bin nicht zu lösen, Leute. Ich bin nicht zu lösen, Leute. Ich hab das schon mal einen Wunder Ich hab das schon mal einen Wunder Ich hab das schon mal einen Wunder Ja, was ist denn? Das ist 2 oder 1 Ich hab das schon mal auf jeden fall macht es spaß aber ich bin noch ganz schnell am Anfang ach das ist die komische Map hier ja we fight well, we earn well enemy on the horizon get him a take in the base here heroics boys attack from the rear hey look at that dead weight we have houses boys we have houses boys hey oh das ist aber jetzt nicht mein die 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 mein die 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 in die 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 noch nicht mehr wie hier ist also alles hier haben wir Untertitelung des ZDF, 2020 t ich habe einen guten vorplatz naja das ist hart, dass ich mich gar nicht gut Unbeliebable, was could possibly have gone wrong? Ok Ciao